Hey Leute, mein Name ist Adrian, ihr seid bei 16 Bars und wir sind in Hamburg im La Terraza mit Thilo, den selbsternannten bekanntesten Junkie nach Christiane F. Hello. Vorweg, hast du den Film oder das Buch gelesen? Natürlich, Film sogar öfters, auch damals schon einmal in der Schulzeit und im Jugendarrest das Buch dreimal oder so gelesen. Also ich habe da auch schon mit mehreren Kollegen geredet und auch so hat der Film dafür ja auch schon Kritik bekommen, dass es tatsächlich auch ein bisschen Bock macht auf den ganzen Livestellen. Meinst du, war ein bisschen inspirierend auch für dich? Nee, inspirierend jetzt nicht, aber ich sage mal so, bevor ich das gelesen habe und ihre ganze Story gehört habe, hatte ich nicht im Kopf so, oh, Heroin, aber danach schon ein bisschen. Mit Vorsicht zu genießen. Wir haben uns ja auch schon länger nicht gesprochen und ich würde gerne so ein bisschen einen kleinen Rückblick mit dir starten. Und zwar 2022 war ja dein Durchbruch und wie hast du das Jahr 2023 empfunden? Super schnell. Also es kam mir vor wie gefühlt zwei, drei Monate und nicht wieder wie zwölf Monate einfach. Keine Ahnung, für mich fühlt es sich immer noch so an, als wäre Sehnsucht gefühlt vor vier Monaten rausgekommen oder so und nicht jetzt schon vor zwei Jahren einfach so, hast du ja, war gefühlt wieder ein Rausch einfach durch 2023. Irgendwas passiert, was dir mega im Gedächtnis geblieben ist? Ähm, ähm, nicht wirklich, ne? Oder 2023 war da irgendwas ganz, ganz Krasse? Ah ja doch, natürlich, meine Tour ist mir doch ein bisschen, ne? Das würde ich sagen, war Highlight 2023 und auch Album wieder rausbringen. Also auch so wirklich wieder Liebe reinstecken und so ein Album machen und so. Zwischendurch wolltest du ja auch aufhören mit Musik. Ja, hab ich auch. Ich hab sogar meinen, vor paar Tagen oder so hab ich getweetet, dass Musik machen endlich wieder Spaß bringt so. Weil, keine Ahnung, ich hatte echt auch einfach eine Phase, wo ich eineinhalb Monate oder so nicht einmal vor dem Mikrofon stand. Das gab es eigentlich die letzten sechs Jahre nicht so. Deswegen war ich ein bisschen so, ah, ist Musik noch das Wahre, aber jetzt einfach ein bisschen wieder mehr experimentell und nicht nur die gleichen Hip-Hop-Beats die ganze Zeit, jetzt bringt es wieder Spaß. 2024 hast du jetzt quasi geplant, weed-free zu bleiben. Wie klappt das bis daher? Bis jetzt klappt es gut. Welcher ist heute? Ich glaube, der 10. Januar. Zehn Tage Drunk, also weed-free. Yes. Und auch alle meine Freunde, wir haben mir sogar Wetten und so aufgestellt, bis jetzt alle durchgezogen. Dein Leben ist aber ja auch geprägt von mehreren Substanzen. Wieso ist es weed geworden? Weil weed so die Droge ist, wo ich mir immer gedacht hab, es ist am unnötigsten irgendwie. Ich geb voll viel Geld dafür aus und das Einzige, was es macht, ist, dass es mich träge macht und ich komm morgens nicht aus dem Bett raus. Jetzt die 10 Tage, du weißt nicht, wie produktiv ich war. Ich hab komplett, ich hab wieder drei, vier Songs gemacht. Ich hab komplett mein Tour-Design und so fertig gemacht, ganze Merch-Designs fertig gemacht. Ja, so viel hab ich nicht das letzte halbe Jahr gefühlt gearbeitet, wie jetzt in den 10 Tagen. Einfach nicht dieses träge Sein die ganze Zeit. Und Kiffer hat mich eh gefühlt nur noch paranoid gemacht, mehr nicht. Einfach nur die ganze Zeit so ein unwohles Gefühl gegeben. Aber ich meine, gefühlt sind die anderen Substanzen ja schon schädigender als weed? Ja, ja, safe. Aber merkst du davon dann auch einen Rückgang oder gab es eine Suchtverlagerung? Ne, da ist auch ein sehr, sehr großer Rückgang. Also ich bin nicht mehr irgendwie täglich drauf oder so, hier auch auf dem Chaudin oder so. Wenn ich das jetzt morgen nicht nehme, dann kotze ich nicht rum und so. Also ich bin jetzt nicht hardcore drauf so mäßig jeden Tag. Deswegen, im Moment ist relativ alles gut unter Kontrolle so. Wie war es denn so mit Einschlafproblemen? Man kennt es ja, wenn man aufhört mit Weed, dass man erstmal nicht einschlafen kann. Ja, war bei mir nicht so ein großer Unterschied, weil ich habe die krasssten Schlafstörungen überhaupt, wenn ich zwölf bin oder so. Also für mich war es auch damals schon immer richtig normal, dass ich so die Nacht durchgemacht habe, dann halt morgens zur Schule gehe und dann, wenn Schulschluss ist, pennen gehe und dann wieder den ganzen Tag pennen und so. Und genauso wie jetzt. Ich bin auch jetzt schon wieder seit gestern wach. Ich habe wieder die ganze Nacht nicht gepennt, deswegen werde ich wahrscheinlich nach dem Interview auch schlafen gehen. Ich finde es auch manchmal echt entspannt, weil die Nachtzeit ist so eine geile Zeit. Da fühlt man sich so gefühlt so Zeit für sich. Da ist nicht das Handy die ganze Zeit am rumbabbern und so. Du bist halt gefühlt der Einzige, der wach bist so. Ich liebe das so auch in der Nacht, dann für mich meine Mucke zu machen und so. Also ja, ich schlafe auch manchmal, weiß ich nicht. Also meine Kollegen dachten auch ganz oft schon, dass ich da oben tot im Bett liege, weil ich irgendwie 18 Stunden schlafe oder so. Also wenn ich schlafe, dann richtig. Aber dann auch wahrscheinlich bedingt ein bisschen durch Substanz. Ja, also diese 18 Stunden Schlaf natürlich. Aber so auch, wenn es ohne Substanzen ist, wenn ich die ganze Nacht wach war, dann peh ich danach. Ja, wie du schon sagst, ganz normaler Rhythmus quasi, nur halt umgekehrt. Zum Einschlafen guckst du ja gerne The Office. Würdest du gerne unter Michael Scott arbeiten? Ja, 100 Prozent sogar. Hast du eine Lieblingsfolge? Boah, ne. Ernsthaft nicht. Weil die Serie zu krass ist, kann ich auch echt nur jedem ans Herz legen, wenn ihr The Office noch nicht geguckt habt. Wirklich. Es ist gefühlt in jeder Folge irgendein Meme, was du im Internet schon mal gesehen hast. Es ist wirklich crazy. Du hast ja auch eine fancy Hellcat Jacke an. Vom Dodge Challenger Hellcat, da hast du ja auch gesagt, dass das dein Lieblingsauto ist. Wie kommt die Faszination für diesen Wagen? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich war auch sonst nie Auto interessiert, bin es auch bis heute nicht wirklich. Ich habe keinen Plan von diesen ganzen komischen, verschiedenen Mercedes Modellen und da und da. So wie andere meine Jungs, die sehen Auto vorbeiflitzen, können direkt sagen, was für ein Modell das, weil ich bin froh, wenn ich die markenmäßig kenne. Keine Ahnung, warum Hellcat es mir so angetan hat, weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich wegen den ganzen Amis auch irgendwie Musikvideos gesehen, wie die da ihre Donuts drehen, keine Ahnung. Und auch einfach, weil es so special ist. Du siehst jeden Rapper in Deutschland mit irgendeinem AMG rumfahren oder so. Aber hast du schon mal einen in der Hellcat gesehen? Hier nicht. Absolut nicht. Vor allen Dingen auch mit dem Design der Motorhaube und alles. Das sieht schon recht biestig aus. Wie sieht es denn aus mit deinem Führerschein? Den bräuchtest du dafür eher? Ja, den bräuchte ich, ja. Ja, wir sind mäßig am Machen. Also wir haben noch nicht angefangen, aber wir haben schon mal unseren Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Wir waren auch letztens bei einem Sehtest und so. Also ich will mit zwei Kollegen auf jeden Fall so einen Crashkurs durchballern, der dann irgendwie so zwei Wochen geht oder so. Aber dann in Deutschland oder im Ausland? In Deutschland schon. Ja, ja. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, habe ich auch letztens schon getweetet, ob es wirklich die Hellcat als Erstwagen wäre, weil 712 PS unter dem Arsch als Erstwagen ist dann doch schon ein bisschen gefährlich so. Deswegen habe ich mir vielleicht zum Anfang irgendwas Entspannteres und dann, wenn ich mich sehe, ganz, ganz sicher fühle hinterm Lenker dann die Hellcat. Machst du dir auch um die Umwelt Gedanken? Weil ich meine, 772 PS ist schon eine gute Schleuder. Ja, ja, das ist schon relativ doll. Nee, da habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Optik über alles andere. Ja, und auch, ja, weiß nicht, ist einfach geil. Allein wir hatten die ja, ich hatte ja mal eine Hellcat nur für einen Videodreh so, für diesen ATM Song. Und schon da, da einfach nur drin zu sitzen, Alter, die Sitze, das ist wie so ein Sessel wirklich, das ist so breit da alles drin. Auch das Lenkrad kannst du dir gar nicht, also das ist wirklich supergeil. Ja, das ist auch so ein Ami-Ding, glaube ich, dass sie wie so ein Sofa da reinbauen und nicht, obwohl es ein Sportauto ist. Voll, 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 voll. Das ist voll krass. Von innen echt, also das ist ja auch gefühlt wie ein Racingcar. Also wenn du da drauf drückst auf die 712 PS, dann bist du, ne, ganz weit weg so. Ja, das ist einfach krass. Wer dich letztes Jahr gedisst hat, war unter anderem Flair, der gesagt hat, ja, in seinem Song. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, mein Erfolg, er ist so sicher wie das Thilo-Stil. Chillig, Digga. Shoutouts an Flizzy. In meinen DMs warst du irgendwie netter. Also früher wollte er auf jeden Fall mal ein Feature und für mich kochen und so, aber krass, krass, dass das dann auf einmal in seinen Texten kommt. Okay, chillig. Wie sieht so ein Dinner mit Flair aus? Kann ich mir nur vorstellen, keine Ahnung, aber... Du hast doch gerade gesagt, dass es passiert ist. Nein, 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 dass es nicht passiert ist, dass es passiert ist und mich eingeladen hat zum Essen. Nein, 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 ich hab jetzt noch nicht, er wollte zuhause für mich und mein Manager kochen, bei sich zuhause. Aber es ist noch nicht passiert. Du hast ja wohl auf den Zug mit aufgesprungen, dich zu dissen, aber vor allen Dingen ist es halt immer dieses Thema Junkie, was die Leute da dir anprangern und womit die dich dissen wollen. Und so nervt dich das so langsam? Ja, geht. Langsam hat man sich dran gewöhnt, ne. Ich frag mich zwar immer noch so teilweise, warum das bei mir so schlimm ist, ne. Und bei anderen, die genau das gleiche machen, es ist cool, so. Andere Leute werden dafür gefeiert, dass sie jeden Tag Maka, also Lean und so in ihrer Story haben, das ist das Gefühl, deren ganze Existenz so, diese Droge. Und bei mir ist es halt tot schlimm, wenn ich sowas mache, keine Ahnung. Und auch so, das finde ich immer am wildesten, wenn mir irgendwie Leute mit Juice WRL Profil will oder so schreiben, dass ich ein dummer Junkie bin. Und dann denk ich mir, Bro, dein Idol, Digga, war noch ein bisschen more on that shit, so. Aber ne, also habe ich mich dran gewöhnt jetzt über die letzten drei Jahre, sollen sie doch sagen was. Zum Thema Sucht hast du dich auf Twitter auch geäußert, dass Suchtkranke sind oft die liebsten und verständnisvollsten Menschen von allen. Junkies über BWL Justus und Fußball Justin. Ja, voll, 100 Prozent, 100 Prozent. Ich sage, Menschen, die so durch den Dreck gegangen sind, die das alles erlebt haben, glaub mir, das sind meistens die besten Seelen überhaupt, zu 100 Prozent. So wirklich, auf jeden Fall besser als irgendein, wie ich da schon geschrieben habe. BWL Justus, der irgendwie sein ganzes Leben wunderschön durchlebt hat. Glaub mir mal, so ein Junkie ist da ein bisschen mehr Herzensmensch so. Was glaubst du, woran liegt das? Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht weil, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht weil ein Abhängiger sich auch irgendwie mehr mit sich selber beschäftigt und so. Also ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie sind es meistens die Lieberen und ehrlicheren, herzvolleren Menschen so. Vielleicht weil die ja auch mehr Verständnis haben, dafür nicht klarzukommen. Genau, das eben auch so. Die haben eher ein Verständnis dafür, als irgendein Mensch, der noch null Berührungspunkte damit hat, der immer noch denkt, irgendwie Drogensüchtig sein ist eine Sache, die man sich aussucht oder so. Und auch einfach mal kurz so wieder sein lassen kann. Es gibt ja wirklich Menschen im Internet, die echt denken, man sucht sich das aus. Erzähl doch einfach auf. Bro, leider nicht so leicht. Hast du mal einen BWL Justus oder einen Fußballspieler Justin getroffen und irgendeine Situation gab mit solchen Leuten? Bestimmt in meinem Leben, ja irgendwann mal. Klar, auf meiner Schule gab es auch solche Jungs. Vor allem, als wir später noch auf der, wie heißt das, Berufsschule waren, wo man so gefühlt auch, nicht gefühlt, also keine Ahnung, ich war da 16 oder so und hatte auch in der Klasse Leute, die 24 waren und so. Und gerade da hat man viele so auf dem Schulhof gesehen, ja. Ich weiß auch noch, an eine Situation erinnere ich mich ganz doll. Shoutout zu meinem Bruder David, der wird es auch noch wissen. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber die biggest, ja, kann man schon so sagen, Streberin, sag ich mal, aus unserer Klasse damals. An diese Situation werde ich mich immer erinnern. Die hat damals irgendwann mal im Unterricht so zu mir und auch zu meinen Kollegen gesagt so, ihr werdet alle mal unter der Brücke landen, bla bla, ihr Drecks, Assis und äh, äh, äh. Ja, fand ich lustig, weil jetzt, wir sind nicht unter der Brücke. Hast du die Unbekannte mal wieder gesehen? Leider nicht, leider nicht. Habe ich sogar letztens noch, ähm, ja, ich glaube zu David gesagt, ich hätte voll Bock, die mal alle wiederzusehen, einmal kurz so aus der Klasse. Aber leider, es war sogar mal irgendwie so ein Klassentreffen in Planung, aber hat irgendwie dann nicht stattgefunden. Einen Daumen drücken, dass es vielleicht doch nochmal stattfindet und dann kannst du da nochmal richtig auftrumpfen. Ja, also die meisten wissen da ja eh, was ich mache jetzt so, ne, aber, ja, wäre lustig, die alle mal wiederzusehen. Aber wie würdest du dich dann verhalten? Ganz normal, also 100 Prozent ganz normal. Ich bin da jetzt nicht so der Kerl, der, äh, äh, ich bin das und das, gar nicht. Nee, nee, aber ich meine, hast du nicht ein bisschen das Verlangen ihr, das ein bisschen unter die Nase zu reiben? Nee, ich glaube, das hat die schon mitbekommen. Alles gut, das ist mein Blessing, dass ich weiß, ich muss nicht zur Arbeit gehen und so und sie schon, obwohl sie die Schule durchgezogen hat und ich nicht. Alles gut. Ja, einfach in Stille und, äh, dann weißt du Bescheid. Ähm, Paula Hartmann Feature steht vor dir. Ja, finde ich sehr geil. Wie ist es dazu gekommen? Paula hat sich einfach, äh, bei mir gemeldet und hat gefragt, ob ich da auf einen Song raufhoppen würde. Und wie ich gestern in der Audio von ihr erfahren habe, hatte sie sich sogar vorher gar nicht so krass mit meiner Musik auseinandergesetzt. Sie meinte, sie kannte nur die Hits, aber hat dann Interviews von mir geguckt und so, alles auf YouTube sich ein bisschen durchgeguckt und fand mich halt so sympathisch und so, dass sie gesagt hat, komm, scheiß auf diese ganzen Skandale und die Cancel Culture und so. Ich hole mir den mal auf den Song. Was ist deine Lieblingsline von Paula Hartmann bei dem Song? Bei dem Song? Ja. Puh. Ähm. Boah, da ist viel, was ich cool finde. Das kannst du auch ein bisschen mehr preisgeben. Mhm. Ich sag nur zwei, drei Wörter oder so, weil die finde ich sehr cool, also das kann man nicht beschreiben, aber wie sie das dann in dem Song rüberbringt, es kommt so krass einfach nur. Äh, Hero-Look, Straßenköterblond. Merkt ihr das? Glaubt mir nur, dieses Hero-Look, Straßenköterblond, wie sie das auf dem Song, generell wie die singt, ist Endlevel. Also wirklich, das ist Endlevel so. Deine Lieblings-Paula Hartmann-Line allgemein? Allgemein, ähm, ähm, Kalender von mit Menschen, die ich eigentlich gar nicht mag. Von ihrem Song, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber ja, das ist glaube ich meine Favorite Line. Hast du auch oft das Gefühl, das quasi genauso zu sehen wie sie? Nicht oft, früher noch mehr, also was heißt früher, so vor zwei Jahren, 2022, so mega Halbzeit, da noch mehr, safe, so, weil da hängt eh jeder am Arsch so und alle wollen was von dir. Äh, aber mittlerweile nicht mehr, mittlerweile suche ich mir einfach straight aus, was ich machen will und wenn ich darauf keinen Bock hab, sag ich nö. Aber zu dem Projekt kommt ja auch nochmal eine Live-Akustik-Version, willst du mir dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, also so viel ich weiß, ist da irgendwie 50-Mann-Orchester geplant für Paula und mich und dann sollen wir da den Song einmal, ja quasi live performen und das kommt dann, glaube ich, auf YouTube so als Video quasi. Hast du das bis auf das eine, was wir mal mit Band mit dir gemacht haben, schon mal wiederholt? Nö, aber ich hätt mal wieder richtig Bock drauf, vor allem mit Band, das war so krass, Alter. Ja, dann sollten wir das vielleicht mal zum nächsten Album oder irgendwann mal angehen nochmal. Sehr, sehr gerne, sehr gerne, sogar wirklich, das war richtig geil. Dann haben wir jetzt auch ein Date für dieses Jahr nochmal. Ähm, letztes Jahr ist auch dein Getränk rausgekommen, Tilsen. Wie zufrieden bist du da? Sehr zufrieden, vor allem was die Resonanzen angeht. Gefühlt der einzige Mensch, der mir dazu negative Feedback gegeben hat, war meine Oma, weil der das zu süß war irgendwie, keine Ahnung. Aber sonst wirklich alle top, 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 top. Und auch Leute, die Plan haben von CREENSOLA. Weißt du so, ey, wenn Mr. Moneyboy postet, das ist Moneyboy approved. Das ist schon ein sehr großes Kompliment. Aber du hattest ja auch so ein bisschen Probleme in Einzelhandel zu kommen. Und ich glaube, gibt es immer noch nicht, oder? Was ist da schief gelaufen? Es gibt ein paar, ich glaube, ein paar Edekas und so und auch, das wird immer mehr. Und auch so in Spätis und so, also so, ja, Dingern da. Irgendwie gab es auch mal Gespräch, dass sie das irgendwie bei, ich weiß nicht, Rewe oder Kaufland oder so hinstellen wollten. Da hätte ich dann aber so eine Orthogrammstunde machen müssen irgendwie und bla bla bla, da hatte ich da nicht so Bock drauf und so. Aber es läuft und vor allem die Resonanzen, die sind einfach perfekt und das freut mich sehr wirklich. Du hast ja gerade auch ein bisschen von Ambisi geschwärmt. Du hast ja auch bekundet, dass du gerne mal ein Feature mit ihm machen würdest. Können wir das vielleicht 2024 erwarten? Ja, ich sage einfach mal ja zu 100 Prozent. Eigentlich ist es schon frech, dass es noch keinen Song gibt, weil Ambisi mir schon vielleicht vier Opens oder so geschickt hat, auf die ich raufhoppen soll. Ich bin einfach ein fauler Bastard, immer wenn mir Leute Opens schicken, die warten gefühlt drei, vier Monate auf ihre Parts und das ist nicht böse gemeint, ist immer so. Aber ja, 2024 sollte es wirklich endlich mal stattfinden, ja. Und jetzt ohne Weed und Produktivität oben? Ja, jetzt durchziehen, dieses Jahr richtig rein, Alter. Wenn das so lange hält mit dem Nicht-Kippen, aber hoffen wir mal, ja. Gut, aber dann kannst du jetzt zeitnah dir das Jahr in Angriff nehmen oder hast du viele Projekte, die gerade auf Weed sind? Naja, also ich arbeite schon wieder an einem neuen Tape, aber ne, also ich bin jetzt nicht vollgepackt mit Arbeit, dass ich keine Zeit hätte, ein Feature kurz zu recorden. Vielleicht mache ich das auch echt heute, ich gehe je nach dem Interview hier eh wieder in Studio oder auch Penn, keine Ahnung. Aber wenn ich Studio bin, vielleicht mache ich es auch heute einfach mal. Ich muss mich einfach immer so kurz dazu zwingen, weil an sich ist ja keine schwere Arbeit. So, ich ziehe den Open rein und dann nach 15 Minuten oder so ist mein Part da auch fertig, so. Keine Ahnung, warum ich das immer so dick aufschiebe. Mach ich aber bei jedem, wirklich. Aber ich glaube, deine Fans würden sich unglaublich darüber freuen, genauso wie ich und wir. Ja, ich mich auch tatsächlich so, deswegen, ja. Kurz, um auch dann direkt bei deinen Fans zu bleiben, du hast ja auch getweetet oder auf Thread, dass du schon über 25.000 Euro Paypal an deine Fans verschickt hast. Safe, vielleicht sogar noch mehr, auf Ernst, vielleicht sogar noch mehr. Also wie oft ich so, Leute, die einfach so in meine DMs leiten oder so, hier und da mal 600 Euro schickt, hier und da mal 800, hier und da mal ein Taui oder so ein Shit. Also ich habe schon ordentlich, wenn man sich das mal irgendwie so angucken könnte bei Paypal, das würde mich echt interessieren. Also ich würde sogar sagen, es sind über 25k, weitaus mehr so. Aber achtest du da auch ein bisschen auf die Nachricht oder ist es auch okay, wenn man dir schreibt, ey Tilo, ich brauche ein bisschen Lobby, so schick mal bitte rüber? Also erstmal bitte schreibt mir jetzt alle nicht, weil das ist immer so, ich blässe irgendeinen Menschen und dann sind meine DMs für eine Woche unerträglich, weil dann jeder nur Geld haben will. Ne, ich achte schon so ein bisschen da drauf, keine Ahnung. Zum Beispiel hatten wir mal einen Fall, dass da ein Junge auf meinen Discord gekommen ist, auch komplett voll tätowiert bis oben und unten. Aber, wie heißt das, querschnittsgelähmt, also halt ne, bewegungsunfähig. Und da war dann auch, der wollte auch so einen Überrollstuhl haben, da habe ich selber dann auch irgendwie fünf Racks zugesponsert oder so und nochmal ein paar Leute angesprochen. Und dann hat er am Ende sich auch seinen 35.000 Euro Mega-Rollstuhl, mit dem er einfach Treppen hochgehen kann. Das hast du noch nicht gesehen, Alter. Mit einem Rollstuhl auf einmal zack, 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 zack. Ist das so ein Rollstuhl, der dann ihn quasi aufrichtet auch? Das weiß ich nicht. Ich habe nur so gesehen, wie er da mit Treppen hoch fährt und alles. Ja, das ist auf jeden Fall Ehrenmann. Auf der anderen Seite leagst du aber auch vom Fans, wenn du sauer bist, die Adresse. Bereust du das? Und dafür hast du ja auch viel Kritik gekriegt. Ja, natürlich. Das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Aber eine Sache will ich nochmal klarstellen. Das macht es nicht besser, aber es war kein Fan von mir. Alle sagen immer Fan und ich habe die Adresse, weil er bei mir Merch gekauft hat. Das ist komplett Scheißgelaber. Also der war kein Fan von mir oder so. Um das einmal klarzustellen. Ja, um das einmal klarzustellen. Ich bin nicht irgendwie bei mir in die Merch-Sachen gegangen und habe irgendwie geguckt, wie der heißt oder so. So war es tatsächlich nicht. Ein anderer Rapper hat den gesnitcht. Ich sage jetzt keine Namen so. Aber der war kein Fan von mir. Das macht die Sache nicht besser. So auch Hater, da muss man nicht die Adresse posten und sagen, jump him. Ich habe es ja auch nach eineinhalb Minuten direkt wieder deleted und gedacht, was habe ich da gerade gemacht, Alter. Aber dann war es halt zu spät. Internet ist eine Sekunde online, dann hast du es getan. Ja, im Internet geht auf jeden Fall schnell. Wie gehst du denn allgemein noch mit Hatern um? Es gibt ja immer, also es gibt viele Fans, es gibt viele Hater. Es juckt mich nicht wirklich. Es gibt Momente, wo ich einfach, wenn ich so im Leben einfach eh gerade schlechte Laune habe, wenn ich abgefuckt bin oder so vielleicht noch ein bisschen was getrunken habe oder so. Und ich sehe dann so eine böse Nachricht, dann kommt da auch mal eine Antwort von mir so. Halt die Frösse, du keine Mühe. Dann gehe ich auch mal ab so. Aber eigentlich einfach wegignorieren. Also juckt doch wirklich nicht. Es juckt nicht. Es verändert nichts in meinem Leben. Es verändert nichts auf meinem Kontostand. Es verändert gar nichts. Wenn irgendjemand mir schreibt, dass ich ein dummer Spassi bin, dass meine Mucke kacke ist und so. Okay, Bruder. Es verändert erst was, wenn du darauf reagierst. Mhm. For real. Die ganzen Leute haben ja auch einfach gefühlt nur ihre Bestätigung, wenn sie dann eine Antwort von mir bekommen, wo ich sie auch beleidige. Deswegen einfach wegignorieren, scheiß drauf. Sprichst du auch mit deinem Umfeld über so welche Aktionen? Also über Hater, beziehungsweise wenn du irgendwie so Aktionen bringen willst, wie Adressen liegen, wo du die ... Nee, nee, nee. Also das mit der Adresse zum Beispiel war einfach aus der Aktion raus. Ich war da auch gerade am Opiateentzug machen, sprich ich lag gefühlt in meiner eigenen Kotze und so. Da bin ich einfach durchgedreht. Also nee, so was rege ich nicht mit meinen Jungs oder so. Hast du denn in deinem Umfeld auch Leute, die dir von Sachen abraten? Ich meine, einmal hast du dich darüber aufgeregt, dass du orange Haare hattest im Musikvideo und gesagt hast, ey, warum hat mir keiner abgeraten? Oder vielleicht jemand, der sagt, ey, Thilo, komm, also vielleicht mal nicht so viele Sarnak? Ja, ja. Doch, doch. 100 Prozent. Also in meinem Kreis passen alle auf, wirklich. Auch bei diesem Beispiel bei diesem Absturzauftritt, den ich hatte da in Magdeburg, dieses Skandalauftritt, sag ich mal. Da war es auch so. Im Backstage haben alle gesagt, ey, jetzt gib mir die verfickte Flasche her. Hör mal auf, du bist schon komplett rotzevoll, reicht langsam so. Aber dann bin ich da halt durchgedreht. Ja, 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 ihr seid nicht meine Eltern als Maul, gib mir die Flasche und so. Also ich habe schon Jungs um mich, die darauf achten und ja auch so meine Mom, Management und alle. Aber hattest du auch viele Ja-Sage in deinem Umfeld? Ich meine, dein Umfeld profitiert ja auch ein bisschen finanziell von dir, weil du auch sehr spendabel bist. Ja, aber eigentlich nicht, ne? Also wenn ich irgendeine Scheiße mache, dann kriege ich das auch direkt an den Kopf geworfen von allen meinen Jungs. Oder wenn ich irgendwie scheiße babble oder so, direkt. So. Und auch jetzt so, ja, keine Ahnung, ja, doch. Die sagen mir direkt, wenn ich dumme Scheiße mache oder schrei mich auch mal an und so, wenn es sein muss. Das finde ich, glaube ich, auch super wichtig. Hundertprozent, hundertprozent. Wenn das alles nur kleine Ja sage, dann kann ich ja machen, was ich will gefühlt und dann wird das nicht so gut enden, glaube ich. Und auch so, es ist, keine Ahnung, mir fällt das auch so auf bei Musik machen zum Beispiel, wenn ich mit Lex zum Beispiel Musik mache. Glaub mir, mir hat noch kein anderer Mensch, während ich die Musik gemacht habe, mir straight ins Gesicht gesagt, Bruder, der Part ist scheiße. Mach das dir so mal ab, bist du dumm? Was hast du da gerade gemacht? Weißt du, ich meine, das sagt mir kein anderer, aber das ist wichtig so. Weil ja, er hat recht, Part war scheiße, mache ich neu, viel geiler auf einmal. Und deswegen so, ne, die ganze Zeit nur mit Ja-Sagern sozusagen ist nicht gut. Dir muss auch mal gesagt werden, wenn du irgendwas falsch machst oder was nicht so geil ist oder so. Also zu dem Thema, bitte nimm mir das nicht übel, aber manchmal hatte ich das Gefühl auch, du bist ein schneller Schreiber. Und ich kenne ja auch deine älteren Sachen so, bei den neueren Sachen hatte ich manchmal das Gefühl so, ey, der hat das nur hingeklatscht und ich weiß, der kann das besser. Ja, ja, war auch voll so. Deswegen meinte ich auch, ist mir so der Spaß an Musik rausgegangen, weil ich selber gemerkt habe, ey, das ist irgendwie nichts, halbes nichts, das ist mir jetzt immer noch die gleiche Scheiße und weiß ich nicht. Gefühlt nur anders verpackt, die Beats auch immer gefühlt gleich, Alter, so. Aber jetzt kam mir wieder der kleine Switch bei mir im Kopf rein, jetzt bin ich wieder auf meinem Rock-Shit und auf meinem, ja. Gehst du dann nochmal in Songs, die eigentlich fertig sind, nochmal rein, um noch mehr rauszuholen? Eigentlich nie, wirklich, da bin ich gar nicht so. Ich weiß, voll viele machen das so, Beispiel mein Kollege Lex auch, also der, weiß ich nicht, Alter, bevor der da die erste Version rausgespeichert hat, weiß ich nicht, hat sich im Projekt zehnmal was verändert, so mäßig, weißt du, und bei mir ist echt so, wenn ich den Song anfange, dann beende ich den auch direkt und dann ist der entweder cool oder nicht. Aber bei mir ist nicht so, dass ich irgendwie nach drei Tagen nochmal ins Projekt gehe und dann da nochmal was ändere und dann in einer Woche nochmal und so, noch nie gemacht. Aber glaubst du nicht, dass du dann noch mehr rausholen könntest? Hundert Prozent, safe, aber ich glaube, dann kannst du dich auch verrückt arbeiten, wenn du immer wieder denkst, oh, der kann noch geiler, der kann noch geiler, oh, ich ändere doch nochmal die Line und doch, oder irgendwann ist gut, dann, weißt du, irgendwann muss das Projekt auch fertig sein, mäßig. Ja, dann vielleicht eine Faustregel noch mit, ey, maximal zweimal gehe ich da rein? Ja, ja, sowas könnte man machen, aber da bin ich auch zu faul für, also, nee, nicht zu faul, zu Dings, wie heißt das, wie heißt das, ich, ich kann nicht warten, so, wenn das Ding aufgenommen ist, dann bauen sich die Spuren raus, schick das direkt zu Content, damit ihr das Mix so mastert und ich will es am liebsten schon in der nächsten Stunde fertig zurückhaben, so, um hören zu können, deswegen, wäre bestimmt manchmal gut, also, ich habe auch manchmal dieses, dass ich Songs von mir höre und dann denke so, damn, an der Stelle wäre das viel cooler gekommen. Warum hätte ich das und das gesagt oder so, aber egal, Musik ist ja auch eine Momentaufnahme, ne, und wenn es in dem Moment dann halt so war, dann ist es so. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass es immer wieder die gleichen Beats sind und letztes Jahr in der Story hast du gepostet, den Song Last Night von Morgan Wallen und geschrieben, dir fehlt sowas in Deutschland. Hast du sowas schon mal ausprobiert, auf so einen Beat zu gehen? Ich wollte es ausprobieren, Shoutouts an Kira, der hatte mir sogar ein Pack geschickt mit so Country, Gitarren, bla bla und so, also der hatte mir schon mal Beats fertig gemacht, nur ist mir dann echt aufgefallen, Alter, auf Country Musik zu machen, also so Country, der ist tausendmal schwerer als gefühlt alles andere, auch wenn man sich das so, wenn man stellt sich das einfach vor, aber weil es so ein einfacher Sound ist, aber gerade das macht es schwer, so Country lebt quasi nur von der Gitarre, so und dann musst du das alles den Rest selber machen, so. Also ich wollte es mal machen, aber es ist wirklich nie, glaube ich, zu einem richtigen Country-Versuch von mir gekommen oder so, aber ich war ja Country auf jeden Fall dumm, Alter, vor allem Morgan Wallen, Luke Combs, Legenden, die beiden. Hast du das Video von Drake gesehen, wo er mit drin ist? You Broke My Heart? Äh, weiß ich nicht, glaub nicht. Ja, dann guck dir das mal an, das ist ganz am Anfang in der Szene, sitzen sie genauso wie wir im Restaurant. Von Morgan Wallen? Ja, Morgan Wallen und Drake sitzen zusammen, ne, der Song ist von Drake, You Broke My Heart und Morgan Wallen und Drake sitzen sich gegenüber. Achso, okay, wenig. Ein schönes One-Take-Ding, kann ich nur empfehlen. Guck ich mir an. Du hast auch vorhin schon gesagt, dass deine Zahlen natürlich was ganz anderes sind, als 2022 vor Sehnsucht rausgekommen ist. Du hast aber auch geschrieben, ich werde niemals tausend TikToks drehen und rumtanzen, um meine Mucke zu promoten. Einfach kurz Instastory drücken, die Kacke und wer hören will, hört halt. Ist es immer noch dabei geblieben? 100 Prozent, 100 Prozent. Und ich rede dabei auch übrigens nicht über Leute, die irgendwie mal so einen TikTok zu ihrem Song machen oder so. Oh gut, das ist das Game, das muss man heutzutage gefühlt machen, damit dein Song big, big wird. Aber ich sehe halt manche Künstler, die auf Ernst dann so täglich ein, zwei TikToks mit ihrem Song posten und dann wird es langsam auch einfach nur noch unangenehm. Und ich fick eh nicht so mit dieser TikTok-Wave. Ich glaube, du hast auch nur zwei TikToks online und die sind von Anfang letztem Jahr. Ja, ja und haben beide auch nichts mit Musikpromotion zu tun oder so, sondern einfach nur so funny Clips. Ja, klar, ich feiere das nicht so, das TikTok, so diese Wave, ich glaube, die bleibt noch und vielleicht geht sie auch nie wieder weg, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich feiere das nicht so. Also auch so, also selbst die Plattform feiere ich nicht, ich versuche so wenig, wie es geht, auf TikTok zu verbringen, so. Weil wenn ich dann mal da drin bin, bin ich gefangen, ne, und dann habe ich Stunden vor meinem Handy und ich weiß, dass das kacke ist, so. Deswegen, ich use TikTok privat nicht mal viel, so, versuche es eher gar nicht zu benutzen. Und ich will es auf jeden Fall nicht noch mit in meinen Beruf reinfließen lassen, so. Wie ich es da auch geschrieben habe, Instagram reicht, wer hören will, hört eh, so, fertig. Die Deutschrap-Musikentwicklung hast du ja auch mal auf Twitter kommentiert mit, Deutschrap wurde offiziell durch Techno, Techno-Beats gefickt. Ja, Mann. Was soll ich dazu sagen, ne? Also bist du, bist kein Fan davon, so wie das klingt? Nee, gar nicht. Also wirklich gar nicht, noch nie in meinem Leben, alles was so Elektromucke, puh, 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 kann ich irgendwie, feiere ich nicht. Sevi Rin ist ja auch überhaupt nicht von dieser Techno-Kultur überzeugt und hatet auch diese ganze Liebe. Wie steht das da bei dir? Ja, nee, ich hasse das jetzt nicht so wie Sevi, ne? Die Menschen sind nett, Alter, was hat er da gesagt? Das war total schade. Vor allen Dingen, ich war total überrascht, weil Sevi Rin eigentlich voll der Herzensmensch und auf einmal kommt er mit der übelsten Hasswelle von der Seite. Techno bei Techno ist Ende, ja, ja, nee. Ich weiß nicht, kann das auch nicht so, aber es gibt genug Leute, die das lieben und deswegen, alles cool. Wie gesagt, Musik ist Geschmackssache. So wie Leute sich nicht vorstellen können, wie irgendein Mensch sich auch nur meine Musik anhören kann, kann ich mir halt auf Ernst nicht vorstellen, wie irgendein Mensch sich privat zu Hause, du, 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 keine Ahnung, kommt nicht in meinen Kopf, aber machen Leute. Warst du mal auf einer Techno-Party? Eyeball, ja, aber die war jetzt nicht so krass oder so, es war auch einfach nur so ein Open-Air-Rave-mäßig am Strand. Ein illegaler Rave? Blondenschaia? Mäßig, aber ich glaube, der war nicht illegal, oder? Obwohl, nee, nee, safe nicht. Ich glaube nicht, nee, nee, aber das hat mich auch nicht so angeturnt, so, also, weiß ich nicht. Dann kommen wir mal wieder zu Musik, die du magst, und zwar, hast du letztens einen Sido-Tag gemacht, wo du die ganze Zeit Sido-Songs gepumpt hast und mitgerappt hast, so, welcher war der erste Sido-Song, den du wahrgenommen hast? Wahrscheinlich so etwas wie Schlechtes Vorbild oder mein Blog oder Straßenjunge oder so. Ja, und meine ersten deutsche Berührungen waren Echo Fresh. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja, und dann Sido und Bushido so ein bisschen, aber ich war eher immer ein Sido-Kid, so bei uns auch alle. Bushido auch ein bisschen, aber eher Sido auf jeden Fall. Inwieweit hat sich Sidos Musik geprägt? Also jetzt in meiner eigenen Mucke nicht, aber vielleicht halt so früher ein bisschen so als Kind. Das hat mich vielleicht schon ein bisschen auch verleitet, auch ein bisschen ins Asozialsein, kann schon sein. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Also wirklich so, wie ich mich nicht denken kann. Also so jung, wie ich mich daran erinnere, war das schon in meinem Leben auf jeden Fall durch meine Eltern. Bist du dann auch noch mal ein bisschen zurückgegangen und hast geguckt, was Sido vor, zum Beispiel in meinem Blog, wo sein Durchbruch kam, gemacht hat? Nicht wirklich, aber sag mal, vielleicht kenne ich die Tracks ja auch, die davor waren. Also der erste Track, den ich gehört habe von Sido, war Arschfix-Song. Ja, einen Arschfix-Song kenne ich natürlich auch, weil ich meine, ich wusste jetzt nicht, dass das von der Chronologie irgendwie vor meinem Blog und so war. Was genau, ich habe keine Ahnung, aber ich kenne eigentlich richtig viel von Sido. Es kommt mir auch vor, als wäre das älterer Stuff noch als schlechtes Vorbild und mein Blog und sowas, aber komme ich halt jetzt nicht auf die Namen. Wie findest du die Entwicklung von Sido? Krass, also stabil. Hat bestimmt noch mal sehr, sehr gutes Geld gemacht mit seinen Radio-Hits, 100 Prozent. Und ist jetzt, ja, gefühlt so Papa von Deutschrap und kann chillen. Jeder respektiert ihn. Du hast ja gerade gesagt, du bist mehr Team Sido als Bushido. Hast du mitbekommen, wie Bushido auf deinen Song Sucht reagiert hat? Ja, musste ich auch sehr lautstark lachen mit meinen Jungs drüber. Fand ich weh, also wie jemand das so wenig peilen kann. Also er hat ja wirklich komplett irgendwie so, es gibt keinen Song von mir, der mehr quasi gegen Drogen ist und das alles aufklärend ist und die Schattenseiten davon zeigt. Und er sitzt da und denkt, das ist Drogenverherrlichung und so. Checkt das nicht mehr wirklich. Fand ich sehr amüsant. Ich hatte auch das Gefühl, dass er irgendwie so ein persönliches Problem mit dir hat, weil er ja auch auf deine Tattoos geht. Er ist komplett durchgedreht. Keine Ahnung, was ich dem Mann getan habe. Weiß nicht. Was denkst du darüber? Nichts. Also wirklich, keine Ahnung. Kann mir doch egal sein. Aber macht es dich auch ein bisschen traurig, dass eigentlich jemand, der so viel Deutschrap mit aufgebaut hat und quasi eine Deutschrap-Legende auch ist, jetzt so über dich redet und das auch nicht peilt? Nö. Nö. Weil? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich war jetzt nie großer Bushido-Fan. Also war mir jetzt auch seine Meinung, also ist seine Meinung mir jetzt nicht wichtig oder so. Weiß ich meine, auch wenn er vielleicht auch eine Legend hier ist und so. Angefuckt. Ich war nie großer Bushido-Fan. Also das trifft mich jetzt nicht so. Hätte sich ein Sido dahin gesetzt und gesagt, der so über mich abgerantet, das hätte mich wahrscheinlich ein bisschen getroffen, ja. Weil das war wirklich so Kindheit-Shit so. Aber Bushido, alles cool, Bro. Ich kann vor die Tür ohne Polizeischutz. So. Alles cool. Hast du denn mal Kontakt zu Sido gehabt? Äh, ich glaub bis jetzt noch nicht richtig. Ne, ich glaub noch nicht, ne. Hast du denn mal Bock auf ein Feature mit Sido? Boah, stimmt. Also wenn er den, wenn er den asozialen alten Sido raushängen lässt, gerne. Ich hätt jetzt nicht so Lust auf Bilder, wie heißt das, die Bilder im Kopf oder so mit ihm. Darauf jetzt nicht, aber auf so einen alten asozialen Sido, schlechte Vorbild-Style. Leidest du auch anderen Rappern quasi in die DMs, wenn du die feierst? Nö, hab ich noch nie gemacht, glaub ich. Außer bei, außer bei einem Artist, den keiner kennt. Also der hat so 10.000 momentliche Hörer oder so. Und den feiern ich und meine Jungs dumm, dumm, dumm die letzte Zeit. Nur den hab ich angeschrieben. Wie heißt der Artist? Kada. K-U-T-T-A. Ist ein Hamburger. Der ist ja krass, wirklich richtig krass. Wie bist du auf den gekommen? Äh, ich weiß gar nicht. Lex hat mir irgendeinen Song von ihm gezeigt. Das war so ein Überhit, Alter. Also richtig krasser Ohr. Und dann haben wir uns so ein Album noch angehört und so. Und das ist alles Endlevel. Auch grad eben hier auf dem Weg hin, haben wir den gehört, den Jungen. Also der ist überkrass. Also ist ein Feature mit ihm auch geplant? Geplant ist jetzt noch nichts, aber also ich werd zu 100% down. Gerne, gerne. Ja, ist richtig krass. Ähm, Jan Kira hat mal getwittert, deutsche Rappers spielen, gute Songs sind Lava im Studio. Du hast geantwortet, äh, ich spiele Counter-Strike und Minecraft im Studio. Ähm, wie siehst du das mit den deutschen Rappern? Ähm, wie, was, 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 was? Was sie da machen, oder was? Also ich mein, gute Songs, äh, also gute Songs sind Lava. Bedeutet ja quasi, dass die Rapper, äh, ja genau, keine guten Songs machen wollen, weil sie sich sonst verbrennen. Äh, ja, ja, okay, aber, ey, seh ich nicht so. Ich glaub immer noch, Leute machen gute Mucke. Auch jetzt so Leute, die immer so ohne Grund komplett tot Deutschrap haten und so. Also, chillt mal. Also wir haben auch echt hier gute Musik und auch gute Rapper und so, deswegen. Ja gut, aber du bist ja auch einer von ihnen, wenn du sagst, äh, Deutschrap wurde von Techno-Beats, äh, gefickt. Ja, ja, also halt, ich mein, halt diese, gerade diese Wave, die gerade kommt, ne, und dass auch wirklich alle diese Wave mitmachen, weißt du, so, ich mein, gönn doch einfach Agu seinen Erfolg, so, weißt du, da ist doch alles cool, so, lass ich die Agu das machen, aber warum auf einmal alle, so, weißt du, so, alle switchen und sind auf einmal mehr auf, du, 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 keine Ahnung. Also, ich glaub, es ist auch halt wieder so eine Welle, geht auch wieder vorbei, ne. Aber bist du einer, der so Disco-Party-Sahne pumpt? Nein, noch die Welle, ja. Okay, aber sonst andere Songs von Chiago, weil Chiago gibst du ja gerade den Platz, Deutschrap, äh, Techno-Beats zu benutzen. Ja. Weil? Weiß ich nicht, ich find der, ich weiß nicht, ist einfach ein sympathischer Kerl, bei ihm kommt das auch, find ich, echt rüber, also, weißt du, dem glaub ich auch, dass der wirklich in Berlin irgendwie auf so Raves ist und ordentlich Party macht und hier und richtig losgeht, so. Deswegen, da ist es wenigstens echt, plus ist Agu, wenn man richtig hinhört, ein krasser Lyriker, also der kann sehr krass schreiben, so. Und auch alte Songs von ihm, wie hieß der nochmal, ich glaub Gustav oder so, hat eins, das hat er so Storytelling über so einen Zugezogenen in Berlin gemacht und so, da ist mir das recht aufgefallen, der ist richtig stark lyrisch. Äh, und halt auch stark auf Nicht-Techno-Beats, so. Aber, für mich ist er der Einzige, wo man sagen kann, komm, der macht das vernünftig, der macht das gut, der hat so ein krass, der hat sich Otto Walkes auf dem Song geholt, so, weißt du, wie ich mein, alles cool so, aber das ist halt, alle diese Wave-Schiene fahren, so, alle, ja, fahr ich nicht so. Wenn Agu morgen dir in die DMs slidet und sagt, ey, guck mal, ich hab da was, möchte, dass du da mit draufhübst und es ist ein Techno-Beat, würdest du's tun? Nein. Also wirklich hundertprozentig. Konsequent, in dem Sinne. Hundertprozentig, ja. Du hast ja auch gerade von Otto gesprochen, der quasi importiert wurde in Deutschrap. Udo Lindenberg hat ja auch seinen Platz neben Apache gefunden. Gibt es irgendeinen Song, den du quasi covern würdest oder mit einem Künstler zusammenarbeiten würdest für eine Neuinterpretation? Äh. Ja. Im deutschsprachigen Raum jetzt, ne, ja. Hm. Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Obwohl, irgendwas ist doch jetzt bestimmt wieder, weißt du, Interview kommt raus und dann denk ich mir wieder, äh, gab's doch was, aber wenn ich jetzt mal so überlege, hm, ne, keine Ahnung. Bist du Helge-Schneider-Fan? Ne. Aber warte, ich hatte gerade irgendwas, hatte ich kurz im Kopf, warte mal. Gib sie nach zwei Minuten. Ja, zwei Minuten ist zu lange, warte mal. Warte. Glaub an dich. Äh, ich hatte gerade eben jemanden im Kopf, fuck, 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 ah. Ähm, da wurde auch schon mal ein Open hin und her geschickt, den fand ich aber dann nicht mehr so geil, Alexander Markus. Welcher? Was, was sag ich? Also welcher Song, aber Alexander Markus ist doch auch voll Techno-Beats, oder nicht? Geht, geht, aber der ist für mich wenigstens, das ist eine Legende, das ist für mich einfach eine Legende, wirklich, das ist eine Legend, so. Äh, aber den Open, den er mir geschickt hat, das war nix. Aber ihr seid da noch im regen Austausch? Ne, auch nicht mehr wirklich, das war mal so kurz auch einfach. Aber ich hatte so, oh, das wäre voll Bock mit Alexander Markus Video zu machen und dann schickt er auf einmal wirklich ein Open rum, so. Aber ne. Aber ihr habt euch noch nie persönlich kennengelernt? Ne, leider nicht, leider nicht. So, es würde eskalieren? Ich weiß nicht, ich habe mich auch schon öfter mal gefragt, ob der Typ vielleicht auch ein bisschen so, also safe spielt der ja irgendwie auch eine Rolle, so, ne. Ich würde gerne mal wissen, wie der privat drauf ist, so. Also, bestimmt lustiger Kerl. Ja, also manchmal hat man, gibt es ja auch Leute, die irgendwie, wo man sich denkt, ist lustig und dann ist es ganz im Gegenteil. Ja, safe, 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 ja, ja. Aber ich glaube, der, obwohl ja, vielleicht würde man da auch wieder ein bisschen enttäuscht werden, wenn man ihn dann in echt kennenlernen und er ist nicht so, wie man sich vorstellt. Aber ne, ich glaube, der ist cool. Wenn du vor zwölf Jahren, 13 Jahren schon so lustige Musik gemacht hast, so, dann, der hat schon Plan, glaube ich, was Funnies und so. Hast dir mal Live-Shows von ihm angeguckt, Endlevel. Ja, komplett. Auch die Videos fand ich, die waren super crazy. 100 Prozent, 100 Prozent. Und dann hatte ich mir letztens so Touraufnahmen von ihm angeguckt, aber der Festival oder was das war, alter. Die Leute drehen durch auf Spaß-Songs, so, weißt du, funny Musik, so, deswegen, King. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es vielleicht doch noch passiert, wenn du so ein großer Fan von Alexander Markus bist. Ich auch. Wäre richtig geil. Ähm, jetzt war ja auch eine neue Staffel von Seven vs. Wild. Hast du die geschaut? Ein bisschen, aber, also ich, also ich habe die nur auf YouTube geguckt. Die gab es ja irgendwie schon früher da zu gucken und so auf anderen Plattformen. Ich habe erst auf YouTube angefangen, aber habe jetzt auch die letzten drei, vier Folgen schon nicht mehr geguckt. Ist irgendwie. Aber du hast auch mal bekundet, dass du gerne teilnehmen wollen würdest? Ja, echt Bock drauf. Also dieses Jahr war ja dieses Zweierteam und da gab es ja auch voll viele Beschwerden, dass da irgendwie in der Orga alles schiefgelaufen ist und blablabla und alles war scheisse mäßig. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da nicht dabei war, diese Staffel. Aber ich bin immer ready so. Also auch, keine Ahnung. Wenn irgendwie bald wieder eine Staffel ist, wo nicht Team-Edition, sondern alleine ist, ich bin sowas schon ready. Aber würdest du nicht zum Beispiel mit Linus oder so ein Team bilden? Wo denn? Am Anfang wollten ja ich und Lex wollten diese Team-Edition so. Aber ja, so wenn ich mir das dann jetzt auch angeguckt habe, ist es dann glaube ich doch besser, weil 14 Tage ist schon echt, ist schon hart. Man stellt sich das eh vom Sofa, vom Bett immer viel leichter vor und wenn man dann da ist, alter, dann geht wahrscheinlich gar nichts. Aber ich habe es auszuprobieren. Gab es da schon eine Kommunikation oder ist es eigentlich nur ausgesprochen im Internet und mehr nicht? Also ich habe auf jeden Fall auf dieser Trimax-Veranstaltung, auf der letzten Boxfight, habe ich mich kurz mit, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber mit irgendeinem Herr auf jeden Fall unterhalten, der da irgendwie mit Seven vs. White was zu tun hat. Und der hatte mich auch nochmal gefragt, ob ich das ernst meine, ob ich da Bock drauf habe und so meine ich, Herr, so hit me up. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ja, ich drücke dir die Daumen, wenn du immer noch Bock hast und dann kannst du ja nochmal berichten, wie hart das wirklich ist. Ja Mann, ich glaube, das ist richtig krass, wirklich. Wenn natürlich auch ein Urgestein bei Seven vs. White ist, ist Knossi. Und 3690 hat sich geäußert auf Twitter, würde ein Taui verwetten, dass Knossi koks. Darauf hast du geantwortet. Dachte ich auch, but you really don't. Aber ganz viele andere YouTube-Spastis. Wortwahl ist auch immer crazy. Definitiv. Ja, was willst du wissen von mir? Ist ein Pakt. Ja, ich will wissen, wer sind die anderen YouTube-Spastis. Ah ne, Namen kann ich nicht nennen. Aber tatsächlich, das hat mir auch ein bisschen so, gefühlt, meine Kindheit kaputt gemacht. Alter, ich bin das erste Mal dann auf so einer Aftershow-Party 2022 bei diesem Boxfight und sehe auf einmal alle YouTuber, die ich als Kinder geguckt habe. Die gehen auch alle aufs Klo und hier und da und ey, hast du nochmal eine Zen und so. Komplett verrückt, wirklich, wirklich. Du weißt gar nicht, was. Also riesen, riesen YouTuber, riesen YouTuber, wirklich. Fragen das Zans, wollen dir Lines ausgeben und so. Und ich mir denke, alter, krass, im Internet so komplett weiße Weste, ne, schön family-friendly Content, aber auf Party dann richtig abgehen, so. Aber da habe ich halt auch extra geschrieben, Knossi wirklich nicht. Dachte ich auch immer, wegen seiner aufgedrehten Art und so. Aber der ist einfach so, wirklich, der ist einfach so. Zum Abschluss hast du, du hast letztens geschrieben, dass du letztes Jahr mehr in Italien als in Itzehoe warst und du denkst, dass es sehr beautiful ist. Was steht urlaubstechnisch dieses Jahr auf der Agenda? Italien eh wieder. Also ich habe ja jetzt schon so eine kleine Tradition. Also es ist jetzt schon zweimal passiert, dass ich Ende des Jahres mit meiner Mom so einen Urlaub in Italien mache. So, aber ich gehe bestimmt auch wieder mit den Jungs, ah, und wir wollen dieses Jahr endlich mal einen America-Trip machen, so. Aber da wollen wir alles perfekt verbinden, dass es wirklich so passt, dass wir irgendwie zehn Tage da sind. Und dann können wir direkt ein NBA-Game gucken. Am besten noch irgendwie eine Live-Show von einem krassen Artist und so. Blibla blub, viel erleben. Aber ja, man, Amerika ist auf jeden Fall ein dickes Ziel. Hast du ein Favorite-NBA-Team? Ich wirklich, ich bin noch nicht so deep drin, muss ich sagen. Fängst du dann wieder an zu kiffen? Was, wenn ich da bin? Ja klar, ich meine so Kelly Weed, beziehungsweise da ist es ja nochmal eine ganz andere Welt. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe ja auch für mich jetzt nicht 100 Prozent für immer mit dem Kiffen abgeschlossen. Auch eine Toleranzpause kann einfach mal guttun, als du das Wesen wieder merke, so mäßig. Deswegen, ich denke, irgendwann werde ich bestimmt wieder smoken, als ob ich jetzt mein Leben lang mir hier wieder keine anhause. Ich weiß selber, es wird passieren. Ich habe nur jetzt einfach keinen Bock, die Werte zu verlieren und 2000 Euro meinen Kollegen zu geben. Deswegen soll der einfach mal sich schneller einen anzünden und dann ist auch alles wieder gut. Dann kriege ich Cash und kann wieder anfangen. Ja, von meiner Seite war es das. Vielen lieben Dank. Wenn du noch was zu sagen hast, dann gerne jetzt und vielleicht zur Tour. Ach ja, ja, stimmt. Tour ist ganz gut. Kommt zur Liddy Way Tour. Ende dieses Jahres wird sehr wild. Ich bin sogar das erste Mal in der Schweiz, in Zürich. Ja, wird geil. Und ich bringe auch ein richtig geiles Tape dieses Jahr raus. Obwohl ich noch nicht mal Namen habe und so und auch erst drei, vier Songs stehen. Ich weiß, es wird über krass. Aber weißt du denn schon circa, wann es kommt? Wenn ich weiter so jetzt im Studio bin und weiter Motivation habe und arbeite, dann kann es gefühlt in drei Monaten noch so kommen. Aber ich will jetzt mal nichts zu früh versprechen. Deswegen sage ich mal, rechne mal mit dem Sommer. Einfach irgendwie Juni, Juli oder so ein Shit. Ja, vielen lieben Dank, Russe. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das.